Wir sind hier in Berlin am Hauptbahnhof, am neuen Klaas-Häufer-Umlauf-Denkmal und ich habe Ihnen mitgebracht ein Utensil vom Anfang seiner Karriere. Ein Requisit aus einem Theaterstück. Beim Theater weiß man nicht mehr, welches Stück es war, aber man weiß, wie diese Hose gehört hat. Hier steht es drin, Häufer-Umlauf, immer ordentlich. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Staatstheater, die Kostümbildnerin. Ich weiß aus welchem Stück, das ist aus die Physiker. Ja, genau, Dürrenwad. Dürrenwads Physiker. Da habe ich den Sohn des Möbius gespielt, einer der drei. Habe ich ihn mitgebracht, als kleine Erinnerung an die Oldenburger Theaterzeit. Jetzt bin ich mal kurz, geh mal weg. Das ist für Oldenburg. Entschuldigung, wie in Oldenburg. Das ist ja Dankeschön, Herr Kroppmann. Dann konnten Sie noch einen kleinen Gruß nach Oldenburg. Ja, natürlich. Also, moin moin in die Heimat, recht herzlichen Dank dafür. Ich komme bald wieder vorbei. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann komme ich und lauf da rum. Man kann sich ja noch persönlich begrüßen in Oldenburg. Deswegen werde ich das auch tun. Also, vielen herzlichen Dank. Bis bald mal. Dankeschön.